Hier ist Magdi von Overland X und heute machen wir ein Unboxing von dem KMC 20, das KMC 20 und großes Bushcraft Messer. Tolle Features, jetzt geht's los, bleibt dran! Ganz tolle hochwertige Geschenkverpackung, Kartonverpackung, Leinenoptik, Silberprägung, kmc-knives.com, da könnt ihr das bestellen oder auf outdoor-messer.org. Und da ist es! Wow! Das ist ein Hammer und hier liegt dabei ein Feuerstahl und ein Schleifstein. Also, ein Schleifstein, der Kinker und der Kinker und der Kinker und der Kinker und machen Machen. ganz ganz feiner schleifstein um das messer noch mal abzuziehen so feuerstahl der sitzt hier ziemlich pralle drin der hat hier gut sieben acht millimeter zehn millimeter durchmesser funktioniert super cool warten wir mal gucken hier so da ist die reibe das messer kommt hier mit dem tag lock könnt ihr die gürtelbreite einstellen ihr könnt das hier öffnen und um 90 grad drehen das ist waagerecht oder vertikal im gürtel hängt vertikal oder horizontal hier ist ein dingler dran den kann man mit dem clip öffnen das heißt hier kommt der gürtel durch und dann könnt ihr das am gürtel tragen oder ab machen je nachdem wie ihr wollt und hier geht's los kmc 20 kmc 20 hier ist das messer das ist ein cooles messer leute das ist ein haumesser es kommt mit einem flachschliff oder skandik schliff ist aus skandik edelstahl sandvik edelstahl wird in sandvik hergestellt norwegen extra für messer gemacht ist ein edelstahl 20 cm sehr robuste klinge 5 mm rückenstärke hier auch angeschliffen für die feuer reiben und griff länge sind 11,5 cm und guck mal ich habe schon recht große hand wie das hier wie cool das hier in der hand liegt so hier könnt ihr richtig mal hauen nüsse aufschlagen nagel einschlagen hier wird euch nix ein klemmen hier kommt ein bommel ran hier könnt ihr ganz toll mit schnitzen feine arbeiten machen so es ist ratten scharf geschliffen super schön verarbeitet geht zehn händels mit dem roten länder drin full tank verarbeitung mehr geht nicht so jetzt aber man schneidetest mal gucken wo ja und noch einmal so rum nehmen so mehr geht nicht leute schaut euch dieses ding an kms die marke aus hamburg kms 20 ist die bezeichnung steht hier für 20 cm klingenlänge es gibt das gleiche messer noch mit 16 cm klingenlänge und mit 12 cm klingenlänge also ist dann auch paragraf 42a konform so das messer ist so geil geschliffen das könnt ihr sowohl zu hause in der küche als auch beim bushcraften oder wenn ihr offroad fahrt auto unterwegs seid als küchenmesser benutzen passt mal auf und hier könnt ihr ganz feine scheiben unterschneiden ganz feine scheiben ganz entspannt schaut euch das an das sind apfelscheiben so und das gleiche mit einer tomate das ist ein messer mit dem kann man richtig cool arbeiten leute das freut mich geht auf die seite drauf kmc-knives.com oder outdoor messer.org dort könnt ihr das bestellen supportet mein kanal daumen hoch unten in der video beschreibung sind die details auch noch mal drin vielen dank bis bald und tschüss daumen hoch Bis zum nächsten Mal.